Und I'm way too dark, like when the sun goes down, yeah I'm shining, like when the sun comes up, yeah I'm rhyming, hey it's trying... Eyo Leute, was geht ab und herzlich willkommen bei einem, was lachst du? Bei einem kleinen Video, auf jeden Fall war ich ja jetzt eine Woche nicht da und jetzt bin ich wieder da, aber gleich bin ich auch wieder nicht da. Auf jeden Fall wollte ich mich bei euch recht herzlich bedanken, sag ich mal, für nicht 10.000 Abonnenten, sondern schon fast 11.500 oder 12.000 oder so. Geht auf jeden Fall richtig krass ab in letzter Zeit und das freut mich, deswegen hab ich gedacht, komm dann machst du jetzt mal schnell so ein Video, ist zwar jetzt nicht mit meiner richtigen Kamera, aber meine Freundin ist auch grad da, wenn man die jetzt sieht und ich fahr jetzt gleich nach Spanien, da hab ich mir gedacht, mach ich mal so ein, nicht follow me around, aber ich mach gleich noch halt so ein zweites Video und das schneid ich dann zusammen. Ich hoffe, dann bin ich schon am Meer, dass es ein bisschen schöner aussieht als hier. Und ja, auf jeden Fall danke für diese krassen Abonnenten, auf jeden Fall dranbleiben, gibt noch so ein paar wichtige Infos, was heißt, wichtige geht so, bleibt dran und bis gleich. So, also ich bin jetzt angekommen hier, also noch nicht ganz, aber fast, also ich bin jetzt auf Ibiza, kennt ihr ja vielleicht, das war, also hier ist der Hafen, das kannst du ja mal zeigen, da ist diese Burg, weiß nicht, ob ich das was sag, und da ist das Meer, da muss ich jetzt gleich noch rüber mit dem Schiff und dann bin ich erst angekommen, auf jeden Fall. Ja Leute, also ich bin jetzt angekommen, beziehungsweise schon länger und ich hab jetzt grad das Video hier zurechtgeschnitten, auf jeden Fall sind da so die ein oder anderen Stellen, da ist der Ton ein bisschen scheiße, deswegen die wichtigen Informationen jetzt auch mal hier, ich steh so, weil das Licht da besser ist als generell hier. Und ja, auf jeden Fall, ich hab mir eine Facebook-Seite gemacht, wär richtig geil, wenn ihr die liken könntet, ich hatte so im Hinterkopf, dass ich mit 10.000 Abonnenten einfach mal eine Facebook-Seite mache, die wollte ich jetzt ein bisschen promoten und ja, wär richtig geil, wenn ihr alle einfach mal in die Beschreibung klickt und dann auf den Link und dann verpasst ihr halt nichts mehr, wenn ihr einfach schnell ein Gefällt mir da lasst und ja, wär auf jeden Fall richtig geil. Ansonsten noch, falls ihr Bock habt, dass ich hier im Urlaub einen Follow-me-around mache oder so, wenn ich dazu Zeit habe, dann gebt dem Video doch einfach mal einen Daumen nach oben, würd mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das machen haben wollt, ich bin müde, deswegen laber ich so viel Scheiße und verspreche mich andauernd und ja, auf jeden Fall, sonst wär's das jetzt eigentlich schon gewesen, wir sehen uns dann demnächst wieder, ich bin gespannt, was ihr so sehen wollt und ja, dann würd ich mal sagen, haut rein, mein Arm fällt gleich ab, ciao und ich seh scheiße aus. Also, bis zum nächsten Mal.